Hallo liebe Sternfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Sternwarte Hof. Heute darf ich euch unser neues Teleskop vorstellen, beziehungsweise den Aufbau des Teleskops, der am 26. April stattgefunden hat. Das Teleskop haben wir bei der Firma Bader Planetarium gekauft und die haben auch den Aufbau für uns in der Sternwarte erledigt. Bevor es zum Zeitraffer geht, möchte ich euch kurz noch ein paar Sätze zum Teleskop sagen. Und zwar ist es ein 17 Zoll PlaneWave CDK, also ein Corrected Dole Kirkham. Das ist ein Kassel-Krhein-Derivat. Wer sich da näher dafür interessiert, kann ja auch mal auf die Website von PlaneWave schauen. Da ist das genau erklärt, was da jetzt die Besonderheit bei dem Teleskop ist. Für uns ist wichtig, wir können das sowohl visuell als auch fotografisch verwenden. Und wir hatten auch das große Glück, dass wir am Tag des Aufbaus schon eine klare Nacht hatten. Das heißt, das Teleskop konnte bereits getestet werden und auch eine kleine Testaufnahme vom Ringnebel konnten wir bereits machen. Die seht ihr dann am Schluss vom Zeitraffer des Aufbaus. Das Teleskop steht auf einer 10-Micron-Montierung der GM3000, die mit Absolut-Encodern in beiden Achsen ausgerüstet ist und somit eine sehr gute Nachführgenauigkeit erreicht. Und gleichzeitig auch noch eine hohe Positioniergenauigkeit. Alles steht auf einer Bader-Stahlsäule, die zusätzlich noch zur Schwingungsdämpfung mit Sand gefüllt ist. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem kleinen Zeitraffer, der den Aufbau vom Teleskop zeigt. Und am Ende, wie gesagt, seht ihr dann noch das allererste Bild. Ich wünsche euch einen klaren Himmel und bis zum nächsten Mal auf dem YouTube-Kanal der Sternwartehof. Bis zum nächsten Mal auf dem YouTube-Kanal der Sternwartehof. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.